hallo ihr lieben schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute könnt ihr mir bei diesen geburtstagskarten zusehen ich brauche wieder etliche und die sind wieder aus den geldrucken gezaubert das sind teilweise reste und die kann man da natürlich wunderbar verarbeiten ich habe euch solche oder ähnliche karten schon mal gezeigt aber die sind finde ich ja besonders schön geworden ich wünsche euch ganz viel spaß beim zusehen beim vielleicht selber machen beim kreativ sein ja und über einen daumen hoch ein abo und oder einen netten kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr und jetzt geht es los so heute mal wieder karten und ich brauche die geburtstagskarten wieder die nächste zeit irgendwann werde ich dann auch weihnachtskarten machen da lasse ich mir aber gerade noch so manches durch den kopf gehen aber naja ich mache mir jetzt also von action habe ich diese karten rohlinge und da schneide ich mir jetzt einen passenden ausschnitt rein also ich klebe nicht die gel drucke oben drauf sondern ich hinterleg sie praktisch und ich finde das einfach schöner das ist eine sauberne sache und ja finde ich schöner einfach als wenn man es vorne drauf macht geht auch für manche karten ist es auch toll aber in dem fall ja wollte ich das dann so haben und hier mache ich mir auch gleich das blatt das dann hinten drauf kommt weil ich klebe das dann noch hinten zu damit es auch sauber aussieht bei dem einen habe ich jetzt einen zentimeter unten und auf der seite weggeschnitten so dass ich einen rand von einem halben zentimeter habe beim zweiten habe ich nur einen halben zentimeter link also unten und auf der seite auf einer seite weggeschnitten so dass ich ja nur ein paar millimeter an rand habe das ist fast schöner finde ich zumindest gerade für das aber gut das könnt ihr machen wie ihr wollt und wie es eben euch gefällt ich mache das gerne dass ich unten also den ausschnitt weiter oben habe und da könnt ihr nämlich dann einen geburtstagsgruß einen weihnachtsgruß einen besonderen groß je nachdem dann wunderbar mit drauf stempeln und das ist natürlich schon klasse außerdem wenn es nicht ganz mittig ist sieht finde ich auch überhaupt etwas interessanter aus hier seht ihr jetzt noch ein rest den ich schon lange mal gedruckt habe die geldrucke bieten sich natürlich für das an ihr habt sicherlich aber auch irgendwelche farbreste oder wo er es vielleicht sogar ein pinsel abgestreift habt oder eben unterlagen die sind auch ganz toll für karten geeignet da kann man die schönsten sachen machen also wirklich ganz ganz tolle und der goldrand den habe ich mal gekauft die karte die werde ich mir auch noch mal besorgen die sind richtig schön und vor allem da braucht man fast keine verzierung weil die einfach der goldrand reicht da stempelt man dann nur noch den spruch drauf und schon ist sind die schönsten karten fertig und da passt also wirklich fast jede farbe oder jede farbe kann man da als füllung für den ausschnitt dann verwenden also goldrand geht immer das ist jetzt ein rest vom letzten drucken da habe ich noch mal was ausprobiert und ja habe mir das alles vorbereitet jetzt und jetzt klebe ich mir das auf ich nehme das doppelseitige klebeband das ist das von action das ist sowieso prima finde ich und ich fixiere mir das erstmal leg mir das drauf wie ich das haben möchte und dann lege ich das rückblatt drauf also zuerst klebe ich da also mache ich da den kleber drauf da bin ich eigentlich nicht sparsam wie ihr seht muss man vielleicht nicht ganz so fest machen aber ja lieber richtig und dann drauf gemacht und schon hat man schon hat man eine schöne rückseite auch einfach aber sehr effektiv und ich meine wenn man hinten etwas schief ist das ist ganz egal weil man deckt ja das wieder mit diesen mit dieser rückwand ab fällt nicht auf so seht ihr zack 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 das geht wirklich schnell und es sind halt so ganz individuelle karten und wie ich vorhin schon gesagt habe wenn sie wenn ihr so farbreste habt dann schmiert jedoch auf ein stück papier und geht dann mit den anderen farbresten drüber und da ergeben sich dann automatisch so tolle so tolle farbverläufe oder eben ja kombinationen farbkombinationen also da ist so manches entstanden das ich mir so gar nicht vorstellen hätte können und wer sich also wer meinen kanal verfolgt oder länger schon verfolgt der weiß dass ich ja da aus den resten vom gel druckt wo ich mit dem ding ab den roller immer abroll so kleine bücher mache und die sind die sind richtig richtig schön ich werde mir demnächst noch mal eins machen und dann werde ich auch das für mich als art journal nehmen und einfach das noch mal weiter bearbeiten immer wieder mal eine andere seite die mir eben dann gefällt und ja das ist immer das ist immer ein tolle tolle resteverwertung vor allem es sind ja dann es kommen da ganz ganz tolle sachen dabei raus und ihr müsst euch nur trauen das ist wie es immer ist traut euch ich weiß ich sagte so oft aber ich finde das kann man nicht oft genug sagen weil man sich wirklich erstmal trauen muss auch ich habe das früher ganz sehr gehabt dass ich gedacht habe nee und das kannst du nicht und blablabla viele viele zweifel das ist unsinn klar kann was daneben gehen aber auch selbst aus dem lernt man ja und ich für meinen teil lerne immer am meisten daraus wenn mir was passiert das bleibt mir nämlich in erinnerung und dann mache ich das nächste mal besser oder ich nutze das einfach was da entstanden ist oder was ich da gelernt habe und ja nutzt es dann für mich ja aus fehlern lernt man das hat sich schon immer bewahrheitet das war schon immer so so ein paar verzierungen und ihr seht zack toll ja da habe ich wieder gar nicht gewusst wie und das sind wirklich nur ein paar striche das könnt ihr genau so genau so könnt ihr das auch machen passt nur auf dass ihr den goldstift nicht verschmiert weil der trocknet natürlich nicht so schnell also da ein bisschen langsamer vielleicht arbeiten als ich und dann passt es und ihr seht das macht einiges her das hat mir in dem fall aber dann noch nicht gereicht und da habe ich einfach hier seht ihr das einfach da noch etwas gold mit rein gemacht und schon passt es und weg liegen damit das gut trocknen kann und ja hier mache ich auch nur striche und das macht halt immer was her und ist so einfach es könnte ja genauso da bin ich mir ganz ganz sicher also auf geht's probiert und schon sind die karten fast fertig hier entscheide ich mich jetzt noch dass ich innen noch etwas mit gold mit rein nehme damit ich das ganze noch etwas mehr verbinde ja hat sich eben so angeboten und gut angefühlt und wenn sich was gut anfühlt dann mache ich das also Bauchgefühl wieder wie so oft so fertig jetzt kommen dann noch die Detailansichten für mir ihr seht da noch Bilder von den verschiedenen Karten ja und bis zum nächsten Mal tschüss Untertitelung. BR 2018